Okay, ich bin tot. Ich auch. Ich bin schon wieder tot. Ich auch. Ich bin schon wieder tot. Ich auch, was? 0303. Ich bin schon wieder tot. Ja, was? Paragraf 5721. Durch das Daumen hoch geben auf ein Danny Burnage-Video bestätigt der Mann seine Potenzfähigkeit. Was geht's schon, meine Freundinnen? Mein Name Loaded, Danny Burnage. Und willkommen zu einem neuen Kill-Duell mit dem... Solution, was geht ab? Und ja, letztes Mal habe ich gewonnen. Dieses Mal will der Solution in Sache. Was denkt ihr? Wird der Solution gewinnen oder wird er nicht gewinnen? Das ist hier die Frage. Aber kein Geschummel bitte. Und nicht irgendwie vorspulen oder so, sonst ist es langweilig. Und auch kein Spoiler in den Kommentaren bitte. Es sei denn, ihr müsst auch gar nicht runterscrollen. Ist ja nicht so. So, dann könnt ihr die Kommentarbox schon sehen, bevor ihr die andere Kommentare seht. Und der Solution, der läuft schon da rein. Ich habe die ganze Nacht signiert. Und der Solution... Was? Ich habe die ganze Nacht signiert, der Solution nicht. Ich habe mich mental vorbereitet. Genau. So. Streaks, Drohne, Predator und... Just against, wir haben die selben Klassen erstellt. Sodass es auch immer fair ist und so. Oh, ich sitze da zu zweit oben. Ich bin in Führung übrigens, wollte ich mal so... Wolle ich nur mal kurz erwähnen. Ja, das ist mir nicht so... Das ist mir egal. Okay. Okay. Glaube ich dir irgendwie nicht. So. Wo sind die Typen, Alter? Ich muss Gegner finden. Wer hat aufgestanden? Und... Ja, Solution, das wird schon, Alter. Ey, ich kick auf den Sack. Ey! Dieser Spaß, Alter. Was ist das für ein Stoßflinter? Der eine Typ mit der... Der eine Typ sitzt immer irgendwo... Achso, ne, jetzt habe ich den. Okay. Okay. Kein Ding, Leute. Ich mache das schon. Das Solution hat keine Chance. Ich muss gucken, doch. Alter! Der Typ mit der Stoßflinter regt mich auf. Ja, mich erst, Alter. Ey! Ich spawne, er kommt und töte mich sofort wieder. Das ist doch... Okay, erzähl mir mehr davon. Ey! Ich bin die ganze Zeit am sterben, Alter. Okay. 3 zu 7, ey. Ohne Witz. Ich werde langsam richtig sauer, ey. Ey, die Typen... Ey, hör auf zu lachen, ey. Das ist nicht witzig. Ohne Scheiß. Okay, das ist echt... Das ist echt... Das ist traurig, Alter. Oh, nein. Aber ich bin in Führung. Was lachst du eigentlich, Alter? Guck mal genau hin. Oh, nein. Ey, willst du mich verarschen? Scheiße! Ne, komm schon. Ich konzentriere mich jetzt mal ausnahmsweise. Zack, der ist der erste Kill. Da bin ich wieder tot! Alter! Scheiße, ich bin nicht schon wieder verliert. Na, komm, nein. Ich darf jetzt einfach nicht mehr über das Verlieren reden. Und noch über das Gewinnen. Der Typ mit dieser Schrotflente, Alter! Ey. Das ist nicht mein Controller. Ich darf den nicht wegschmeißen, Alter. Ohne Witz. Ich werde dann so richtig sauer. Ich sehe den Typen, der Schrotflente auf mich zulaufen. Ich kann nichts machen. Ich bin einfach sofort tot. Ja, das ist ja schrecklich, Alter. Zack, da habe ich mir eben drei Kills gegeiert, Mann. So sieht es nicht aus, Alter. Zack, da haben wir unser Dröhnchen schon. Zack. So, Predator. Nein! Der erste Typ mit der Schrotflente. Nein! Ich habe ihn. Oh, mein Alter. Okay, komm. Predator. Los, ein Kill wenigstens. Ein Kill, ein Kill, ein Kill. Double Kill sogar. Ach, ne, ach so, wir haben Payvlo dabei. Ich dachte, wir haben den Siebener-Heli. Ne, ne. Payvlo, okay. Ich habe gar nicht mehr einen Payvlo, Alter. Alter, Digga, du bist ja gar nicht so schlecht jetzt, Alter. Ja, ich sag doch, ich kannst nicht mehr mich gerade noch ein bisschen. Da läuft der Hase auch hier so. Nein! Alter, Digga, das... Alter, Digga, jetzt läuft es nicht gut, Alter. Ja, ich drehe jetzt noch ein bisschen auf, hier, Mann. So sieht es ja nicht aus. Ich habe ziemlich Herzklopfen jetzt. Hätte ich bloß nicht gelacht, Alter. Nein! Oh, ich bin drei Kills vom Payvlo. Drei Kills, mein Freund. Drei Kills. Digga, dann würde ich sagen, dass du erstmal nur in the campst. Zwei Kills. Digga, du hast sechs Kills mehr als ich. Scheiße, Alter. Oh, ein Kill. Oh, let's go, das Biest. Alter, Digga, ich sterbe die ganze Zeit. Ich sterbe die ganze Zeit. Ich glaube, ich werde verlieren, Alter. Nein, ich werde nicht verlieren. Niemals. Nein, nimm eine Drohne. Ich bin einfach im Payvlo. Ich will nicht sterben, Mann. Bitte nicht. Bitte nicht. Ey, Digga, ich habe so Herzklopfen, ne? Ich habe da noch nie so Herzklopfen. Nein! Letztes Mal, letztes Mal. Oh, nein. Okay, komm schon. Ich habe Angst, Alter. Ey, Digga, ich sterbe die ganze Zeit. Ich bin sogar negativ, Alter. Ey, ich kann meinen Controller gar nicht mehr bewegen, Alter. Diesmal läuft es gar nicht gut für mich. Okay. Ich habe nicht, ich habe... Oh, nein! Ich habe dich schon erschützt, Alter. Oh, nein! Ey, ein vor Payvlo tot. Ah, ein Killungsdun, ein Auffällungsdun. Digga, ich bin gelattet, Alter. Ein vor Payvlo tot, Mann. Stopp, du Bastard! Verdammt! Mann! Solution! Was ist los? Ich führe. Ich weiß. Ihr spielt so selber, so schlecht, aber ich führe. Das ist sehr verdient. Sehr fair. Digga, meine Hände sind dann so, ne? Ich kann nicht mal die Samtex vernünftig werfen. Oh, das finde ich... Na, ich kann nicht mal da hochspringen, Alter. Oh, nein, da oben ist einer. Ich weiß. Oh, ich sitze da so, Alter. Da ist wieder das neue Dröhnchen, habe ich gehört. Zack. Stirb doch. Der will nicht sterben. Ich habe gerade wieder ein Payvlo, äh, neue Predator, ne? Ich habe jetzt wieder Payvlo. Nein! Nein! Oh mein Gott! Etwas so viele Kills mehr als ich, Alter. Das kann nicht wahr sein. Ich drehe jetzt gerade mal ein bisschen auf hier, Mann. Das ist ja... Nein! Predator macht keinen Kill. Und doch. Oh, Triple Kill! Gott! Scheiße! Ich glaube, sie haben nicht verloren. Also, das läuft alles anders gut, Alter. Geil, Mann. Ich habe so ein Herzklopfen, ne? Brauchst du nicht mehr haben. Eine Runde ist gegessen. Schönes Ding. Das. Jawohl, Alter. Ja, wie sieht's jetzt aus. Geil. Guck dir dieses Traum auf der A, Mann. Bist du ruhig? Was ist los? Bist du traurig? Bist du sauer? Nächste Runde mit SKL. Okay, SKL. Und dann kommt Sniper. Da habe ich Angst vor, Alter. Scheiße. Aber das jetzt läuft super für mich. Fallen oder Seat? Oh, Seatown. Also, meine Osthäte, ich bin glattes aufgestanden. Hast du nicht vorhin noch gesagt, du hast die Gäste den ganzen Abend eingespielt? Die ganze Nacht? Ich habe gelogen, verdammt! Jetzt dieses Stückchen Schokolade würde jetzt alles hätten. Schokolade bringt Glück. Oder Glücksgefühle oder sowas, habe ich irgendwann gehört. Hoffentlich nicht, Alter. Ja, das liebt echt nicht gut für mich, aber in der nächsten Runde wirst du sehen. So, wie viele Kills habe ich, also ich habe jetzt, wie viele Kills gehabt eben? Durchmarsch ich viel mehr, so 10 mehr Kills oder 12 mehr Kills als ich. 13, wenn ich bitten darf. 13 Kills. Glaub mir, ich habe nur gezittert, ne? Und, ähm, also ich habe nur gezittert und das war nur die Aufwärmung. Achso. So ein bisschen da nicht zu kommen, weil mein erstes Spiel des Tages so. Okay. Und jetzt aber. Ist vorbei. Na, okay, gut. Gut, dann wünsche ich dir viel Glück. Ja. So. Das ist geil. Geht der Wunde los. Jetzt ist gut, mein Herz klopft nicht mehr. 13 Kills. Das ist richtig viel, ne? Würde ich mal sagen. 13 Kills. Ja, der ist nicht so schlimm. 13 Kills, man. Das ist richtig. Ich gehe mal meine Moab, Alter, denn... Ne Moab. Und ich weiß, diesmal wirst du nicht gewinnen. Glaubst du? Ja. Okay. Viel Glück. Beflieren. Ja, langsam spiele ich mich auf die Xbox ein. Das ist... Zack. Nate kommt. Oh! Nein, dieser Typ. Schon drei Kills. Schon was? Drei Kills. Du hast ein Kills gemacht. Okay, er würde mich nervös machen. Okay. Ich hätte sagen müssen, es sind schon 13 Kills. Das hätte mich nervös gemacht. Esmine, okay. Ich glaube, ich verlieh die Runde echt. Ja, glaube ich auch. Nein, komm, ich darf mich von dir nicht aufhalten lassen. Ich glaube, du verliest wirklich. Ich mache dir nichts aus. Jeder muss mal verlieren. Ja, das kennst du da ganz gut, ne? Hä? Digga, haben mich abgestürzt. Dashboard, ja, ich auch. Du hast verloren. Okay, aber wir sind auch in der Lobby, oder? Nee, ich bin... Ja gut, ach stimmt, ja, okay. Alles klar. Ja gut, die zählt diese Nuller nicht mit, würde ich sagen. Nee, die zählt nicht mit, würde ich auch sagen. Terminal, bitte. Bitte? Terminal, bitte. Oh ja, Terminal, egal. Ja, das ist egal. Ich liebe Terminal, über alles. Ich habe mich so gefreut, dass diese Map endlich wieder da waren, ne? Ey, ich finde, in Ghost könnten die ruhig Afghan mit sein nehmen. Afghan wäre heftig, oder Skid Row. Oh, Afghan wäre aber echt... Oh, Afghan finde ich auch so heftig. Mach mal Interchange. Also, ich hier diese unteren Map, das ist der Horro, Alter. Ich würde die nie mal... Ohne Scheiß da bin ich bis jetzt immer rausgegangen. Ey, nein, hier, die Gegner, die sehen ekelhaft aus, Mann. Das ist der Typ mit der Pumpe, oder? Echt jetzt? Oh, nicht der schon wieder, Alter. Oh, nein. Aber einer, auf den der spielt hier jetzt mit Pumpe, so. Aber wenn man hier einen Painblow hat, Mann, da geht er richtig ab. Hier in Painblow zerscheppert einfach alles. Okay, Digga, meine Herzklopfen haben aufgehört. Okay. Ja. Das freut mich nicht. Ich glaube, ich soll es nicht. Jetzt war es mit dir. Glaubst du? Ja. Glaube ich nicht. Ich bin mir eigentlich hundertprozentig sicher. Ach. Doch, weil ich jetzt wieder Aim habe. Ja, ja, ja. Ich brauche keinen Aim. Ich habe ein Aim-Bot. So, keine Lache jetzt. Und ich bin tot. Das ist ja kein Ding, aber. Ich habe schon einen Kill, und du? Ich nicht, und du? Ich habe schon einen. Ja, auch einen Tod, oder? Nein, ich habe zwei Kills. Ich bin nicht gestorben. Ich habe ihn gesnackt. Nein, was macht ihr da? Warum kommt der denn? Scheiße, Alter. Also, ich bin wieder heftig am Rasierenden. Jetzt 2-0. So rasierst du. 3-0. Drohne. Ja, und das bringt mir auch was, so ne. Ja, guck mal hier, wie fähig ich bin. Ich hau die Drohne so in die Gesicht. Oh, zwei. Oh, Mann, dann sterb ich, Alter. Oh, die haben alle Attentäter drin, oh mein Gott. Ich glaube, die haben an, Alter. Die haben an, Digga. Die haben einfach alle Attentäter dabei. Die sind auch ziemlich gut, die Jäger, muss man sagen. Also, wesentlich besser als das letzte Mal. Und die haben auch alle irgendwie, ähm, Geistern. Ja. Sollen die mal hier nicht so... Oh. Nein, ich habe Drohne und dann sterbe ich. Alter, nein. Oh, 5... Oh, du hast einen Kill, hast du mehr als ich. Digga, das ist easy. Ich habe nur gesagt, ich werde gewinnen. Aber... Die wird nicht nochmal verlieren. Die wird gar nicht verlieren, Alter. Aber du wirst ja insgesamt verlieren, weil du 13 Kills... Also, ich habe mal 13 mehr Kills als du. Ich muss ja nur ungefähr gleich spielen wie du. Das schaffe ich. Das schaffe ich ohne Scheiß, das schaffe ich. Oh, schöner Headshot von mir. Ja, das ist nicht mein Problem, Alter. Oh, die haben eine Drohne, Alter. Boah, du... Okay, jetzt hast du 3 Kills mehr als ich. Ach, du Scheiße. Jetzt hast du 5 Kills mehr als ich. Digga, ich mache keinen Spaß. Ich schaffe das ohne Scheiß. Na, fängt dein Herz an zu klopfen? Na, nach geht's. Ha, ich habe den Killed, der dich gekillt hat. Ey, ich bin so... Ich habe nämlich gewartet, bis er dich killt. Dann habe ich ihn gekillt. 6 Kills, Mann. 7. 6. Ich warte eigentlich, bis ich 7 sagen kann. Also, die Runde... ...läuft nicht so gut für mich. Ist nicht so schlimm. Nee, weil ich eh doch... ...gewinnen werde. Alles klar, ich weiß Bescheid. Du weißt Bescheid. Erzähl mal bitte mehr davon. Ich bin interessiert dann. Da hast du meine Drohne schon wieder. Ich bin hinter 2 Gegnern. Oh, hinter 3 Gegnern. Hallo. Richtig, Alter. Ich auch. Oh, das ist nicht so schlimm. Alles gut. 6 Kills. Insgesamt sind... Ja. Also, okay. Und glaube ich mit Scyper. Geh ich ab. Konter-Drohne haben die jetzt auch noch. Zack, danke für den Kill. Du bist gestorben. Ich gucke mal den Kill. Ja, das war vorhin ja bei mir auch so. Da ist der nächste Kill. Da ist der nächste Kill. Was ist da los? Was ist da los? Da ist der nächste Kill. Was ist da los? Ja, bei mir auch so. Da ist der nächste Kill. Was ist da los? Gleich Predator am Start. Ah, nee. Achso, ich habe gar keinen Predator dabei. Da ist der nächste Kill. Was ist los? Ernsthaft? Da ist der nächste Kill. Hast du Schiss oder was? Hast du mir Herzklopfen jetzt? Nein. Da ist der nächste Kill. Nein, dass du es ist. Haha. Fuck. Sag mir bitte nochmal deinen Kill. Nein! Du Arsch! Nein! Und jetzt bin ich tot. Jetzt bin ich tot. Ich hau die Drohne nicht raus. Ich will dir nicht helfen. Oh, ich habe sie doch ausgehornen. Danke. Fünf Kill. Okay. Ich bin nämlich kurz vor meinem Payflow. Echt? Ja. Nein, erzähl mir jetzt bitte nichts. Doch, ohne Scheiß. Jetzt habe ich Payflow. Ja, du lügst. Du lügst. Er wird mich nervös machen, der Mixer. Du lügst. Du hast keinen Payflow. 100% ich nicht. Nein? Oder? Bist du dir sicher? Nein. Okay, ich habe wirklich keinen. Ich kriege die ganze Zeit Kills, Alter. Die ganze Zeit. Schon zwei Kills wieder. Ich habe auch wieder einen bekommen. Du dachtest, ich mache es dir einfach, ne? Ja. Oh, habe ich gedacht. Nein! Oh mein Gott, bin wieder tot. Digga, ich mache jetzt alles anders einfach. Ich glaube, wenn er gleich nicht Sniper kommt, ne? Oh, ich hole langsam auf, mein Freund. Ich hole langsam auf. Das glaube ich nicht so. Weil ich die ganze Zeit Kills bekomme. Ich auch. Glaube ich nicht. Glaube ich dir nicht. Tut mir leid. Okay, dann glaube ich es nicht. Oh, hat mir geklaut. Da freust du dich, oder? Ja, sicher. Zack, da ist die Drohne wieder. Dann starte sie doch. Oh, es sind nur noch drei Kills. Nur noch drei Kills. Noch zwei Kills. Nur noch ein Kill. Ausgleich. Oh, das ist fies. Let's go. Hör auf, Alter. Ein Kill. Und du musst in der letzten Woche mit der Sniper, musst du mich dann auch besiegen. Ja, easy, Alter. Ich bin gut mit der Sniper. Echt? Ja. Ich auch. Okay. Ich bin im Face Clan. Nebenbei. Okay. Wieso hast du nie davon was erzählt? Ja, weiß ich nicht. Muss ich nicht unbedingt. Okay. Die sind mir auch zu schlecht. Eigentlich. Ich will die Drohne eigentlich gewinnen, ey, sogar. Ich will einen dominanten Sieg haben. Bist du gestorben? Nee, bist du nicht. Oh, ein Kill hier. Einen Kill noch. Wir haben Ausgleich. Ich bin wieder tot. Oh nein, ich will den letzten Kill haben. Du hast ihn. Okay, jetzt nur noch 12 Kills. Das ist kein Problem. Und ich weiß, mit der Sniper wirst du übel verkacken. Übel. Du wirst so viel verkacken mit der Sniper, ne? Ich bin im Face und Optik Clan. Also, gar nix. Gar nix. Digga, glaub mir. Du wirst nicht gewinnen. Nee? Ich bin mir eigentlich zuhundertprozentig sicher. Ich habe gesagt, ich werde jetzt gewinnen. Also, wenn ich gewinnen, habe ich gewonnen. Ja, wenn du 12 Kills mehr machst als ich. Mit der Sniper. Auf Tom. Nein, nicht Dom, bitte. Nein. Ja. Das war nicht geplant. Ich will Dom. Und unsere Streaks. Bacada. Alle für Bacada. Mikrofon an. Mikrofon an. Mikrofon an. Kennt ihr unsere Streaks schon? Mit der Sniper-Klasse? Kampfhubschrauber, AH6 und Payblow. Ja. Also, werden wir nur Waffen-Kills machen, weil wir nicht eine Streaks bekommen werden. Außer du kämpfst wieder so rum, wie in den letzten paar Runden. Bacada, bitte, wie nicht Bacada. Bacada. Jeder. Bitte Bacada. Ja, die schauen auf die zu hören. Bitte Bacada. Bitte. Hallo. Hallo. Bitte. Du hast verkackt. Bitte Bacada. Hallo. Na ja, wenn du richtig Glück hast, kannst du dir vielleicht irgendwie eine Killstreaker campen hier auf der Map. Stimmt. Nee, ich glaube nicht, dass du eine Killstreaker überhaupt bekommst, weil wir spielen mit richtig hohen Killstreaker, ne? Ja. 7. Auf 7 geht's los, oder? Oder... Kampfhubschrauber ist eine... Ja, 7. Ja. 7. Okay. Letzte Runde beginnt. 12 Kills. Viel Spaß. Freddy, geh weg. Freddy greift an. Die Attacke der Freddys. Freddy hat außerdem noch einen Freund gefunden. Hast du echt immer dieselbe Fliege bei dir im Haus? Ja, die ist immer dieselbe. Die chillt hier immer. Hast du keine Hausfliege? Ich hab mir schon längst die Fliegenklatsche genommen. Was? Du hast Freddy's getötet? Echt? Heftig, Alter. Was fällt dir ein? Ich bin so viel besser als du im Snipen. Meinst du? Glaub ich gar nicht, oder? Ja, das schon. Ich hab früher viel gesnipet. Okay, ich bin tot. Ich auch. Ich bin schon wieder tot. Ich auch. Ich bin schon wieder tot. Ich auch. Was? 0, 3, 0, 3. Ich bin schon wieder tot. Ja. Was? Im Ernst? Ah! Quickscopes! HD! Oh, Double Kill! Double Kill! Quickscopes, der Boss. Tss, tss, tss. Ah, Kill! So, wo ist der Typ? Mit Hartscope? Ja, sicher. Okay. Aber ich habe zwei Quickscopes gemacht. Ich auch. Zwei Quickscopes. Da ist der nächste Kill übrigens. Echt? Da ist der... Nein. Ach. Da ist der nächste. Gut, ich lege es für mich aus. Gut, ich gebe es dazu. Schon wieder zwei Kills gemacht hier. Da ist der nächste. Ich habe es einfach drauf mit der Snipe. Sag ich doch. Ach. Scheiße, Alter. Ey, Digga. Heute läuft es nicht gut für mich. Alter. Nächstes Mal gehe ich echt früher schlafen. Zack. Da ist der Kill. Oh, bin tot. Oh, 6-6. Aber du hast auch noch Kills gemacht. Komm mal, jetzt haben wir viele Kills jetzt gemacht. Zack, geklaut. Habe ich in dir. Ja, auf Daumen geht auch immer die Runde so schnell vorbei. Die machen immer so schnell Kills. Passt mir echt gut in den Kram. Da kann man gar nicht mehr einholen. So, das ist das Problem. So, dass ich so, äh, das... Die Scheiße, die ich mit Daumen so habe. Nein! Mann, ich sterbe die ganze Zeit, Alter. Das war alles nur wie in dem ersten Spiel, Alter, da ich da so verkackt habe. Oh, mein Gott. Ich bin gerade aber auch so schlecht. Ich hab... Oh, das hat zwei Kills, aber mehr als ich. Das sind Künstler, die wir schon... Ach, Quatsch. Doch, glaub schon, Alter. Das ist jetzt noch Gewinner. Also, wenn du das echt noch gewinnst, ey, dann... Dann wäre ich richtig traurig. Okay, ersthaft. Ja, ey. Drei Kills, Mann. Hä? Gar nichts. Ach doch, du bist der Untere. Ich bin wieder ganz unten. Ey, Danny, ich hab doch immer auf meinen Kopf. Ich hab's dann voll verarscht, Alter. Ey, wieso redet der jetzt, Alter, die ganze Zeit? In der Lobby, was will der? Kann er mich mal bitte in den Duel lassen? Ich mach gerade einen Kill, Joel. Ich will ja nicht unhöflich werden, ne? Aber kannst du bitte deine Fresse halten? Nach dem Motto. Doublefeed hab ich gerade gehabt. Ey. Mann! Ey, Solution. Ohne Scheiß, das läuft gar nicht gut für mich. Kann es sein? Ach, denkst du, du bist mir wichtig? Ich stehe 9, 14. Willst du mich verarschen? Zack, Quickscopes, Alter. In die Fresse, Mann. Ich bin gar kein Sniper. Ist schlechter Sniper, ne? Aber... Ein MW2 kann ich gut snipen. Also konnte ich auf jeden Fall mal richtig gut. Auf der Play. Like a Boss, ey. Sag ich dir aber. Aber oft 1 gegen 1 gemacht. Und sogar oft... Ja. So oft gewonnen. Doublekill. Okay, jetzt muss ich einfach hier warten. Dann äh... Warte, bis der Niederlage akzeptiert wird. Oder bis bestätigt wird. Ich werde nicht, Alter, aufgeben ohne Scheiß. Oh, Scheiße. Ich dachte, ich kann jetzt einfach warten und die kommen einfach da lang, Alter. Das wäre natürlich Jackpot. Komm schon, Danny. Hardscope einfach ein bisschen. Mach ich auch gerade. Ich hack mich schon mit der Sniper. Ich habe auch. Ich habe die ganze Zeit killed, Alter. Ja! Obwohl? Der Boss ist back. Habe ich wirklich verloren, Digga? 6? Ja, sicher. Sicher hast du verloren. Sicher? Er will sich seine Niederlage nicht eingestehen. Hahaha. 1,1 steht es wohl, Freund. Okay, ja, du hast recht. 1,1. Scheiß, Alter. Boah, aber du hast echt wesentlich besser gesniped als ich. Ja, ich weiß, aber. Ah, das war echt knapp, muss man ja sagen. Auf jeden Fall, danke fürs Mitmachen. Lasst uns da oben noch oben da, wenn ihr mehr sehen wollt. Außerdem, schreibt in die Kommentare, habt ihr richtig geraten und richtig gedacht, dass ich gewinne. Und wer denkt, ihr gewinnt beim nächsten Mal? Gut, wo sollen die das wissen? Und wie gesagt, lasst uns da oben noch, wenn es euch gefällt. Link in der Beschreibung zu Schluss ins Kanal. Und dann überlasse ich dir das Schlusswort. Gut, besten Dank. So, war eigentlich recht spannend, muss ich sagen. Hätte ich eigentlich gar nicht so gedacht, dass es mit der Sniper, dass du da so raushaust. Ich freue mich auf die nächste Folge. Haut rein, bis zum nächsten Mal. Tschüssi, wie wäre das Video? Und dann sage ich nur noch 2, 2, 1. Ciao!